Podcasts hören und dabei Geld verdienen, das hört sich nicht nur prima an, sondern das ist mittlerweile auch möglich, nämlich mit dem Unternehmen Talkabout. Ein Unternehmen aus Deutschland, mit dem ich mich hier in diesem Video einmal beschäftigen möchte, ob das denn alles so eine tolle Idee ist und ob sich das langfristig durchsetzen kann. Denn genau darum geht es bei mir auf dem Channel um Geld, Geldanlage und allem, was man drumherum so findet. Inklusive Aktienanalysen, Kryptoanalysen, zum Beispiel von jungen, deutschen, aufstrebenden Unternehmen, wie zum Beispiel Talkabout. Es geht los und an dieser Stelle ein kleiner Spoiler. Ich werde anhand der Internetseite aufzeigen, dass man seriöse Unternehmen auch im Kryptospace finden kann, aber dass die alleinige Seriosität vielleicht auch nicht genug ist, um hier langfristig am Markt bestehen zu können. Es gibt in der Summe drei Internetseiten, wo man sich über Talkabout informieren kann. Die erste Internetseite habe ich hier offen, das ist talkabout.online. Die zweite Internetseite ist about-entertainment.com und die dritte Internetseite app.about-entertainment.com. Starten wir also auf der ersten Internetseite bei talkabout.online. Da seht ihr hier oben rechts, wo sich mein Mauszeiger befindet. Da können wir von Englisch auf Deutsch umstellen, wenn wir das denn möchten. Das ist sehr, sehr schön. Dann muss man sich nicht anstrengen. Und hier unten seht ihr Impressum. Das Impressum ist in Deutschland allgemein in Europa eine sehr, sehr wichtige Sache. Denn jedes Unternehmen, was nach außen auftritt, was Dienstleistungen oder Waren an einen Unternehmer oder an Privatleute anbietet, die brauchen in Europa und in Deutschland insbesondere ein rechtsgültiges Impressum. About-entertainment-UG, Homburger Straße 15 in 90513 Zirndorf. Handelsregister, Registergericht Fürth und vertreten durch Fabian Reichenberg. Das ist dann der Geschäftsführer. Wenn es nach den üblichen Kryptogurus geht, die euch irgendwas vom Pferd erzählen, dürfte ein solches Impressum eigentlich gar nicht existieren. Denn wir bewegen uns ja bei Krypto, im Bereich von Krypto. Und da gelten ja irgendwelche Normen und Gesetze, beziehungsweise irgendwelche Rechtsvorschriften, die in der alten Welt 3.0 irgendwie Gültigkeit hatten. Die gelten ja jetzt nicht mehr. Nein, das ist natürlich nicht so. Das war Ironie. Ein rechtsgültiges deutsches Impressum. Das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. Denn man muss doch wissen, mit wem habe ich es überhaupt zu tun? Wo sitzt die Firma? Wer ist der Geschäftsführer? An wen kann ich mich irgendwie postalisch und auch E-Mail- oder Telefontechnisch wenden? Und wenn ich mich irgendwie beschweren möchte, bei der Bankenaufsicht, bei irgendwem anders, bei irgendeiner Behörde, weil ich mich irgendwie ungerecht behandelt fühle, dann muss ich denen auch sagen können, wo sitzt diese Firma überhaupt, damit irgendjemand sagen kann, okay, dafür sind wir in Deutschland zuständig oder dafür ist vielleicht eine ganz andere Behörde zuständig. Die zweite Internetseite about-entertainment.com. Da können wir uns hier Informationen über die Produkte holen. Wir können uns weitere Infos holen, zum Beispiel im Pitch oder im Whitepaper. Und wir können uns auch den Blog angucken. Letzten Endes geht es hier darum, zu erklären, wie das Geschäftssystem genau funktioniert, was man für Visionen hat, was TalkAbout letzten Endes ausmacht. User-Friendly Interface, SS2 Web3, Reward-System, Gamification, Livestreaming und so weiter und so fort. Die dritte Internetseite app.about-entertainment.com. Auch hier gibt es links oben, wo sich mein Mauszeiger jetzt befindet, weitere Menüpunkte, wo man sich durchklicken kann, wo man weitere Informationen sich anlesen kann. Ich möchte eure Aufmerksamkeit insbesondere hier auf das Pitch-Deck lenken. Unter Info sieht man hier den Reiter Pitch-Deck. Wenn man das anklickt und ein bisschen runterscrollt, hier auf der Seite 8 von 15, das könnt ihr in dem PDF-Reader hier sehen, da seht ihr Revenue-Streams. Also Einkommensströme, denn es ist ja wichtig zu wissen, wenn man sich jetzt dort anmeldet und Geld bzw. Kryptos, also irgendeine Form von Bezahlung dafür bekommt, dass man sich hier irgendwelche Hörbücher oder irgendwelche Podcasts anhört, wo kommt denn dieses Geld überhaupt her und wie finanziert sich TalkAbout überhaupt? Denn denkt an meine Devise, Kryptos erzeugen und dann den Anschein erwecken, dass irgendwie ein Zahlungsstrom stattfindet, das ist nicht genug. Es muss irgendwie von außen Geld in diese ganze Bubble hineinströmen, damit man irgendeinen Mehrwert generieren kann und damit das, was ihr am Ende bekommt, nämlich Token, Coins oder was auch immer, damit das überhaupt irgendwie irgendeinen Wert hat. Als ich mir vor zwei Wochen ungefähr die Sache hier das erste Mal angeguckt habe, sah das noch ein bisschen anders aus. Das heißt, man hat es zwischenzeitlich aktualisiert. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite Transaction Fees und auf der rechten Seite Yield Farm. Das passiert aber mehr oder weniger alles in diesem TalkAbout-Ökosystem. Deswegen möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die Mitte lenken, nämlich Advertisement. Display Third-Party Promotional Ads. Free Mid-Post-Roll-Ads for Content. Reward-Ads to Unlock Content. Heißt übersetzt, man meldet sich dort an, man kann Tokens verdienen. Und wo kommt das Geld her, mit dem das Ganze finanziert wird? Durch Werbeeinblendungen. Den Fabian Reichenberg hatte ich bereits erwähnt, als Geschäftsführer, als CEO. Das ergab sich aus dem Impressum. Und wenn man den einfach mal in der Suchmaschine seines Vertrauens eingibt, dann kommt man auf die Seite LinkedIn. Und da sieht man hier Fabian Reichenberg, CEO About Entertainment. DeFi Talent, was auch immer das dann in letzter Konsequenz heißen soll. DeFi Talent ist wahrscheinlich kein geschützter Begriff. Aber sei es drum. Blockchain and Crypto Online Entertainment Hub and Content Aggregator on Blockchain to bring new monetization models to creators and their communities. Wenn man sich dann hier mal die Berufserfahrung anschaut, da sieht man hier Senior Full-Stack Engineer bei NerdRare GmbH, CEO About Entertainment und Full-Stack Developer bei Datev EG. DATEV, für diejenigen, die das nicht wissen, die bieten Software für die Finanzbuchhaltung an. Das ist in Deutschland der größte Anbieter für alle möglichen und unmöglichen Fälle, wenn man irgendwie Finanzbuchhaltung für sich persönlich, für sein Unternehmen oder was auch immer benötigt. Ausbildung, Hochschule für Ökonomie und Management, duale Hochschule Badem-Württemberg, Bachelor of Science und hier dann noch der Master of Science. Das liest sich alles sehr, sehr schön wie aus einem Bilderbuch. Und hier nochmal der Hinweis, so möchte ich das eigentlich haben. So ist es eigentlich üblich, dass man genau weiß, welche Firma ist das, wo sitzt die, idealerweise in Deutschland oder in Europa, damit man irgendeinen Bezugspunkt hat, damit auch europäische Behörden irgendeine Handhabe über diese Firma oder den Geschäftsführer haben. Und wenn man den Geschäftsführer googelt, dann sollte interessanterweise oder idealerweise auch irgendetwas Verwertbares herauskommen und nicht irgendwelche Behauptungen auf irgendwelchen kuriosen Seiten und irgendwelche komischen Verflechtungen zu irgendwelchen komischen Firmen. Das hier von Fabian Reichenberg und bei Talkabout sieht sehr, sehr gut aus. Das wirkt von vorne bis hinten wirklich seriös. So weit, so klar, so gut, so selten eigentlich auf meinem Channel, muss man ja mittlerweile auch sagen. Oftmals scheitert es ja schon an diesen absoluten Basics. Und hier schon der Hinweis, es sind absolute Basics. Alles, was wir bis hierher gemacht haben, was wir uns angeguckt haben, sind nur die Basics, um überhaupt erstmal zu sagen, okay, ich gucke mir überhaupt das Geschäftsmodell erstmal ein bisschen genauer an und entscheide dann, will ich dann hier investieren oder will ich nicht investieren, wahlweise spekulieren oder was auch immer. Heißt also, wir schauen uns jetzt erstmal an, wie das Ganze hier aufgebaut ist und wo vielleicht so die ein oder andere Krux liegen könnte. Es gibt vom 28.04.2023 ein kleines Q&A auf dem Channel von Uptrend. Das möchte ich euch unten nochmal verlinken. Dort werden ein paar Fragen gestellt und der CEO und noch jemand anderes. Ich habe den Namen gerade nicht mehr auf dem Schirm. Die stehen dort Rede und Antwort. Ist ein sehr, sehr nettes Interview. Was mir so aufgefallen ist, wenn ich mir so anschaue, wie die beiden dort antworten, was sie antworten, wie sie so drauf sind, sie wirken ein wenig unsicher. Vielleicht ist es einfach, weil die jetzt mit der Videosituation ganz konkret nicht so ganz zurechtkommen. Aber im Regelfall ist es eigentlich so, dass ein Geschäftsführer und auch die Leute drumherum die bestimmte Schlüsselpositionen begleiten, dass die eigentlich selbstsicher auftreten sollten und von der ganzen Sache überzeugt sein sollten. Sie wirken auf mich persönlich eher unsicher. Nur ein kleiner Hinweis von meiner Seite muss jetzt nichts Schlimmes sein. Sie sind ja auch noch sehr jung. Das Alter in Verbindung mit der Unsicherheit, die ich gerade erwähnt hatte, Das triggert bei mir so ein bisschen die Frage, haben der Geschäftsführer und die Leute in der Schlüsselposition dort das Know-how und die Erfahrung, um diese Firma About Entertainment UG wirklich hier langfristig voranzubringen? Bitte denkt daran, eine UG, das ist eine GmbH mit sehr, sehr wenig Haftkapital. In diesem Fall bei der Talk About Entertainment UG haben wir ein Haftkapital von 1000 Euro. Ist also nicht so viel. Diese drei Punkte, dass wir hier diese jungen Leute haben, die auch zumindest in diesem einen Video ganz konkret eher so ein bisschen unsicher wirken und die UG, die hier gegründet wurde mit einem Haftkapital von 1000 Euro, was nichts ist, wenn man mal ehrlich ist. Das führt mich so ein bisschen zu dem Punkt, dass ich sage, hier sollte man wirklich genau schauen und sich wirklich mal durch den Kopf gehen lassen, wie ist dieses Geschäftsmodell eigentlich so wirklich aufgebaut. Zumal man ja auch nicht der Einzige ist. Das muss man auch so ganz klar sagen. Podcast, das ist jetzt keine neue Erfindung. Da gibt es bereits Spotify. Es gibt Deezer. Es gibt Audible. Es gibt Tidal. Es gibt Soundcloud. Und bei YouTube ist das mittlerweile auch in der Erprobungsphase. Beziehungsweise es ist, glaube ich, schon umgesetzt. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland, in Europa schon geht. Aber in den USA geht es auf jeden Fall. Man befindet sich also in einem hochgradig umkämpften Markt. Stellt sich die Frage, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Talkabout und den etablierten, den großen Herstellern bzw. Anbietern von Podcasts? Wo sind da die genauen Unterschiede? Was macht Talkabout besser? Was möchten sie besser machen? Und wenn sie irgendwas besser machen, warum ist denn da bisher eigentlich sonst noch keiner draufgekommen? Alle die Konkurrenten, die ich gerade aufgezählt habe, haben eigentlich im Geschäftskern eins gemeinsam. Man hat die Nutzer, die monatlich zum Beispiel 10 Euro oder was auch immer bezahlen. Und diese 10 Euro gehen an das Unternehmen. Wenn ich bei Spotify angemeldet bin, muss ich 10 Euro, wie viel ist der aktuelle Kurs, weiß ich nicht. Ich sage einfach mal 10 Euro im Monat bezahlen und habe dann die ganzen Playlists. Das gleiche bei Deezer, bei Tile, bei Audible oder wo auch immer. Das heißt also, man hat die Kunden und die Kunden bezahlen dafür, um hier irgendwie Podcasts oder Musik hören zu können. Es gibt dann noch abgespeckte Versionen, so Probeversionen von manchen Anbietern, dass man zum Beispiel nur bestimmte Songs hören kann oder nur eine bestimmte Anzahl von Songs hören kann hintereinander oder dass es Werbeeinblendungen gibt. Also quasi wie bei Talkabout, dass man quasi so den Leuten Werbung mit reingibt, um das Ganze für die Premium-Version ein bisschen schmackhafter zu machen. Und durch Werbeeinblendungen darf man ja auch nicht vergessen, dass man dann auch nebenbei ein bisschen Geld verdienen kann. Die Fließrichtung des Geldes ist aber erstmal klar, nämlich von den Konsumenten hin zu der entsprechenden Firma. Und die Firma, die bestreitet dann dadurch ihr Geschäftsmodell und kehrt hoffentlich das Allermeiste, im Regelfall wahrscheinlich nicht das Allermeiste, an die Künstlerinnen und Künstler aus. Das ist bei Talkabout anders. Bei Talkabout haben wir einen Zahlungsstrom, der reinkommt, nämlich über Werbeeinnahmen von externen. Und dieser Zahlungsstrom wird aufgeteilt. Auf die Künstler, auf Talkabout und auf die Konsumenten. Ist es wahrscheinlich, dass der Tokenpreis unter solchen Umständen langfristig signifikant steigen wird? Nehmen wir mal an, wir haben einen Kunden, der die ganze Sache hört. Wir haben Talkabout in der Mitte, logischerweise, ohne die geht es ja nicht. Und wir haben einen Künstler. Und nehmen wir einfach mal an, man erwirtschaftet in einem bestimmten Zeitraum drei Euro an Werbeeinnahmen. Dann gehen wir einfach mal davon aus, dass diese drei Euro ganz gerecht aufgeteilt werden. Dass der Künstler einen Euro bekommt, dass Talkabout einen Euro bekommt, um das ganze Ökosystem zu unterhalten. Und dass der Zuhörer einen Euro bekommt. In diesem Fall wäre es dann nicht ein Euro, sondern ein Talkabout-Token. Aber es kommt ja letzten Endes aufs Gleiche raus. Nehmen wir einfach mal an, er bekommt Token im Wert von einem Euro. Jetzt spart er eine ganze Zeit an und hat nach einem Jahr zum Beispiel zwölf Token. Beziehungsweise Token im Wert von zwölf Euro angespart. Und möchte die auscachen. Wer kauft denn dann die Token? Beziehungsweise wie viel sind denn dann die Token wert? Wenn die Token jetzt auf einmal nicht mehr zwölf Euro wert sind, also das, was man so umgerechnet eingenommen hat, sondern zum Beispiel hundert Euro, stellt sich die Frage, wie soll das Ganze genau funktionieren? Wer soll das zu dem Kurs kaufen? Und wenn die Token dann umgetauscht werden, um sie zu Geld zu machen? Denn die Künstler, die werden ja ihre Token wahrscheinlich nicht behalten, sondern die werden das in Fiat-Währungen umtauschen. Wie genau wird sich dieses Ökosystem entwickeln? Wie genau wird sich der Tokenpreis entwickeln? Und wer hat eigentlich hier ein Interesse an steigenden, an sinkenden oder an stagnierenden Tokenpreisen? Die Künstler haben wahrscheinlich kein Interesse an sinkenden Tokenpreisen, sondern eher so an hohen Tokenpreisen, vorausgesetzt sie sparen sich das Ganze an. Die Community, die Leute, die das hören, die haben auch kein Interesse an sinkenden Tokenpreisen, denn vielleicht sparen sie es ja an und spekulieren auf höhere Gewinne. Wie sieht denn das bei Talkabout eigentlich aus? Kann man bei einem hohen Tokenpreis wirklich intervenieren und agieren, wenn das mal wirklich von Nöten sein sollte? Wie genau gestaltet sich das hier? Und nochmal eine ganz andere Frage. Geld dafür zu bekommen, um Podcasts zu hören, ist ja eigentlich eine super Sache. Und wenn man dann noch ein paar Token ausgibt, um seinen Lieblingskünstler zu unterstützen, ist das auch richtig, richtig super. Warum ist denn vorher noch niemand auf die Idee gekommen? Denn eigentlich könnte doch auch Spotify oder Deezer oder wer auch immer auf die Idee kommen, Mensch, wir nehmen so viel Geld ein. Wie wäre es denn mit einem schönen Cashback-System, dass man die Leute dafür belohnt, wenn sie viel bei uns auf der Plattform rumhängen? Denn ob man das mit irgendwelchen Kryptowerten macht oder ob man das mit Euro, US-Dollar, japanischen Yen oder sonst irgendetwas macht, das ist doch eigentlich grundsätzlich egal, oder? Man bekommt Geld bzw. irgendwelche Geldwerte gutgeschrieben dafür, dass man auf einer Plattform irgendwas sich anhört. Warum ist vorher noch niemand auf so eine Idee gekommen? Ihr verdient doch damit Geld, oder? Und immer wenn man Geld verdient, muss man was genau nochmal an den Staat abführen? Könnten das irgendwelche Steuern und Abgaben sein? Naja, wenn man bei Spotify Geld dafür bekommen würde, dass man dort sich etwas anhört, dann wären das ja Einnahmen bzw. steuerrechtlich gesprochen Einkünfte, oder? Und wenn man irgendwo Einnahmen bzw. Einkünfte erzielt, dann muss man doch Steuern zahlen, oder? Heißt also, man müsste irgendeine Tätigkeit anmelden, z.B. ein Gewerbe, dass man hier regelmäßig Podcast hört, und man müsste das, was man von Spotify bekommt, versteuern. Du bist wahrscheinlich, würde ich jetzt erstmal so sagen. Ist das bei Kryptos anders? Ist es noch anders? Ist es gar nicht anders? Ist es irgendwann mal nicht mehr anders? Wie genau verhält sich das da? Wer die Mika-Verordnung mitbekommen hat, der wird mittlerweile hoffentlich erahnen können, dass es mit Kryptos genau in die gleiche Richtung gehen wird wie mit dem Fiat-Geld. Alles, was man dort einnimmt, alle Gewinne, die man macht, in welcher Art und Weise auch immer, wird man irgendwie auf welche Art und Weise auch immer versteuern müssen. D.h. also, wenn ich mich hier anmelde bei Talkabout und dafür Geld bekomme, irgendwelche Podcasts oder was auch immer zu hören, bzw. Coins, Tokens bekomme, um hier irgendwelche Sachen zu hören, dann werde ich das wohl versteuern müssen, oder? Oder ist das jetzt hier vielleicht anders, weil es auf einmal Token sind, weil es im Kryptospace ist? Falls ihr das bejaht, zeigt mir doch mal bitte die Stelle im Gesetz, wo das denn stehen sollte. Vielleicht ist deswegen von den etablierten Anbietern noch niemand auf die Idee eines Payback-Systems gekommen, weil das in so einem Umfang für jeden einzelnen User, der hier angebunden ist, vielleicht ein paar schwierige, unüberschaubare Auswirkungen haben könnte. Zumal sich die Frage stellt, inwieweit Talkabout sich vielleicht registrieren lassen muss bei irgendeiner Behörde in Europa oder in Deutschland, bei der BaFin z.B., weil sie Kryptowährungen oder Krypto-Assets herausgeben. Das weiß man auch noch nicht so ganz richtig. Es schwebt wie so ein Damoklesschwert über der ganzen Krypto-Szene. Aber allein schon die Tatsache, dass man sich hier anmeldet, Geld verdienen kann, Geldwerte verdienen kann, die man logischerweise irgendwann wird versteuern müssen, das ist ein richtig, richtig großer Hemmschuh, um hier wirklich langfristig nachhaltig wachsen zu können. Denn die breite Basis der Leute, die wollen sich irgendwo anmelden, wollen für 10 Euro oder 15 Euro im Monat dann so und so viele Podcasts hören oder eine ganze Palette an Musikstücken haben, die sie hoffentlich hören können. Und wenn sie dann hören, ja, du kannst dich anmelden, kannst minimale Geldbeträge, 10, 20, 50 Euro im Monat verdienen oder wie viel auch immer, wenn du regelmäßig hörst. Aber dafür musst du dich beim Finanzamt melden, musst ein Gewerbe anmelden oder eine selbstständige Tätigkeit. Ich bin mir sicher, dann sind die meisten hier schon wieder richtig, richtig raus. Wir haben hier also meines Erachtens ein durchaus seriöses Unternehmen. Zumindest sieht es nach außen sehr seriös aus mit einer, wie ich finde, sehr interessanten Idee. Aber wenn ich mir so ein bisschen die Details auf mich wirken lasse und mal so ein bisschen vorausdenke oder mir mal so überlege, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die sich mit dieser Geschäftsidee durchsetzen, dann bekomme ich hier schon so ein bisschen meine Zweifel, ob das Ganze wirklich so durchdacht ist, wie es hier nach außen hin scheint. Und jetzt mal wirklich ganz ehrlich, jeder für sich selber mal. Wenn jetzt hier nicht Krypto davor stehen würde, wenn es nicht in ist, wenn es nicht ein toller Hype ist, der sich wunderbar verkaufen lässt. Der neueste Hype ist ja jetzt KI. Alles, was mit KI zu tun hat, kann ja auch nur durch die Decke gehen. Sondern wenn ihr nur diese Info habt, wir haben einen Podcast, eine Podcast-Plattform und ihr bekommt dort Rückvergütungen in Euro, in Dollar. Aber für diese Rückvergütungen müsst ihr auch für Kleinbeträge erstmal eine selbstständige Tätigkeit oder eine Gewerbetätigkeit beim Finanzamt anmelden. Und ihr müsst regelmäßig dann Steuererklärungen abgeben. Und wenn nicht, dann kriegt ihr vielleicht Stress mit dem Finanzamt. Wäre das nicht so ein Hemmschuh, wo ihr sagen würdet, boah, nee, da zahle ich lieber 10 Euro im Monat und hab meine Ruhe. Es ist super, dass es ein junges Unternehmen gibt, ein deutsches Unternehmen, auch noch einen deutschen Geschäftsführer, der sich sowas traut, der eine neue Idee hat, der irgendwas voranbringen möchte, ist richtig, richtig toll. Und auch die Idee an sich, ja, mit der Rückvergütung ist eigentlich eine richtig witzige Sache, wenn man mal ehrlich ist. Aber ich habe so meine Zweifel, dass ich das langfristig mit allen Konsequenzen hier wirklich am Markt behaupten kann und dass man eine ordentliche Follower-Basis aufbauen kann, um das Ganze hier erfolgreich wirklich gestalten zu können. Was nicht heißt, dass man sich jetzt dort nicht anmelden kann, dass man dort auch ein bisschen was verdienen kann, dass man vielleicht auch so ein bisschen guckt, vielleicht steigt der Tokenpreis, vielleicht mache ich ein bisschen Gewinn oder was auch immer. Da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Aber so vom Geschäftsmodell an sich aus der Sicht eines Investors halte ich das Ganze hier langfristig nicht für durchsetzbar.